Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film The Boogeyman. In diesem Film geht es um die kleine Sawyer, gespielt von Vivian Lyra Blair, die man zum Beispiel aus der Serie Obi-Wan Kenobi kennt. Die hat immer ziemlich viel Angst im Dunkeln und hat immer so ein bisschen Licht bei sich an, mal mehr, mal weniger. Aber es muss immer Licht da sein, weil sonst kann sie nicht einschlafen. Denn es könnten ja irgendwo Monster unterm Bett sein, wie man es von Kindern halt so kennt. Und dann gibt es noch den Vater Will Harper, gespielt von Chris Messina, den man zum Beispiel kennt aus Er der große Wurf. Übrigens ein sehr guter Film. Der wird sich so als Seelenklempner seine Brötchen verdienen und ist auch in manchen Sachen gar nicht so schlecht drin. Aber eines Tages passiert etwas, was sein ganzes Leben erstmal auf den Kopf stellen wird und auch das Leben seiner Familie. Denn es kommt ein Mann namens Lester zu ihm hin, in die Praxis. Und Lester wird gespielt von David Descullin, den man zum Beispiel kennt aus Aitman and the Wasp. Und ja, dieser sagt ihm was von einem Monster, das nur im Dunkeln sein Unwesen treibt und dem Menschen das Leben aushaucht und so. Und hätte seine Frau und seine drei Kinder umgebracht und die ganze Welt denkt, dass er es ist und so weiter und so fort. Und ja, unser Will glaubt ihm zwar nicht so wirklich, will ihm aber irgendwie helfen. Und dann kommt es dann zu einem Zwischenfall, wo Will dann langsam auch nicht mehr weiß, ob er sich selber traut, beziehungsweise ob er bei der ganzen Sache nicht doch etwas leichtfertig war und ob da nicht vielleicht etwas mehr dahinter stecken könnte. Wie gesagt, ich möchte da nicht so viel verraten, denn dieser Film ist spannend. Dieser Film geht zwar nur etwas über 90 Minuten, bietet zwar auf der einen Seite nicht viel Neues, aber ich finde die Umsetzung gut. Ich finde die Umsetzung richtig gut. Also auch die anderen Schauspieler, wie zum Beispiel Sophie Thatcher, die man zum Beispiel aus The Book of Boba Fett kennt, da hat sie die Drash gespielt in drei Episoden, auch sehr gut besetzt. Man nimmt diesen Schauspielern die Angst, die sie da haben, wirklich so unglaublich gut ab. Auch die kleine Vivian, die macht einen unheimlich guten Job. Also wenn die noch ein bisschen mehr gute Rollen kriegt und alles mit ihr gesundheitlich und so weiter, alles im grünen Bereich bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass sie da sehr gute Chancen hat, als Schauspielerin auch gutes Geld zu verdienen. Und ja, auch so dieses Düstere, dieses Bedrückende, das haben die echt gut eingefangen. Und dann auch so, sag ich jetzt mal so, die Effekte, wirklich nicht zu viel zu sehen, was die ganze Stimmung dann nochmal ein bisschen mehr anheizt. Das haben die echt gut umgesetzt. Natürlich, ja, Monster hier und da und so ist ja mittlerweile im Horror-Genre ja auch nichts Besonderes mehr. Und auch ein Monster, das irgendwie sich an die Lebensenergie der Menschen erfreut, etc. pp. Das ist auch nichts unbedingt Neues. Aber trotzdem finde ich den Film einfach von der Art und Weise, wie die Schauspieler das umsetzen, gepaart mit dem Drehbuch und gepaart mit den Effekten, alles zusammen eine echt gute Kombination. So, dass ich dann teilweise wirklich mir dachte, boah, alter Vater, wenn du jetzt selber in dieser Situation wärst, glauben der jetzt so echt Panik, ey. Also da muss man sagen, die haben echt wirklich gute Sachen gemacht. Und ja, das Monster sieht auch wirklich ganz schön übel aus, ey. Also man sieht davon zum größten Teil des Films wirklich nicht viel, aber man spürt diese Anwesenheit von diesem Boogeyman. Man spürt das, dass das irgendwo auch immer da ist. Und was ich auch noch hervorheben möchte, der Soundtechniker hat wirklich dort einen echt guten Job gemacht. Du hörst wirklich von allen Seiten, wo dieses Monster gerade irgendwie herläuft, hertappst. Irgendwelche Geräusche macht. Das bringt den Film auch nochmal auf so eine richtig gute Ebene. Wenn man das jetzt zu Hause demnächst auf seinen kleinen Fernseher mit seinen kleinen Billigboxen, die die Fernseher heutzutage hauptsächlich halt nun mal haben, wird der Film nicht wirken. Das hat man aber mindestens ein 5.1-System. Oh ja, oh ja. Ich glaube, dann wirkt der Film dann doch nochmal erheblich besser. Und wie gesagt, im Kino hat man ja dann nochmal ein ganz anderes Soundsystem. Und das war schon teilweise echt gut gemacht. Also der Soundmischer hatte echt Bock gehabt auf seinen Job. Also da auch nochmal extreme nochmal einen Daumen nach oben. Ja, und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Job. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Also, The Boogeyman. Auf der einen Seite zwar nichts Neues, auf der anderen Seite aber extrem gut gemacht. Sei es vom Sound, sei es vom Setting her, sei es von den Schauspielern und sei es auch einfach von dem Drehbuch und von den Drehorten einfach. Ich bin da echt angetan von. So wie die Interaktion mit den Schauspielern untereinander auch ist, dies, das und so. Man hat da echt Bock drauf gehabt, zu wissen, wie es weitergeht. Und man hat auch echt dann so gemerkt, auch im Kino so, oh, die Leute, die hat... Da hat man echt eine gewisse Spannung gehabt. Die Leute wollten echt wissen, wie das jetzt alles weitergeht, wo dieses Viech schon wieder rumlaufen könnte, dies, das und so. Oh, das war schon nice. Das war schon nice. Da der Film zwar nichts Neues geboten hat, aber trotzdem das, was es sein sollte, sehr gut umgesetzt hat, gebe ich den Film... Ja, so vier Totenköpfe kann man dem Film geben. Weil der Rest stimmt einfach. Wenn man so Bock hat auf so Horrorfilme, wo mit Monstern, dies, das, etc., kann man sich dem Film geben. Wenn man jetzt irgendwie was denkt, da kommt jetzt irgendwas richtig krass Innovatives. Nein, das nicht. Aber mit den Mitteln, die sie hatten, haben sie das echt gut umgesetzt. Und von daher muss man sagen, ja, das passt schon so. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, der Film hatte jetzt, glaube ich, auch jetzt nicht so ein großes Budget gehabt. Ich glaube, der hat was von 35 Millionen oder sowas gehabt. War jetzt nicht gerade so viel. Aber, ähm, ja. Es gibt Filme, die mit weniger noch schlechtere Sachen abliefern. Oder die ja teilweise auch sogar mit mehr noch schlechtere Sachen abliefern. Von daher muss man sagen, kann man sich den Film echt gut anschauen. Aber man sollte jetzt den auch, ähm, man muss dazu jetzt aber auch sagen, genau, 35 Millionen hat er gekostet. Muss er jetzt auch sagen, wie ich schon sagte, der Film ist nichts bahnbrechendes. Wäre jetzt einfach gut umgesetzt. Das muss man auch einfach mal loben. Man kann einfach das Horrorgenre nicht mehr neu erfinden. Es gibt hier und da mal so ein paar Ausreißer, die echt gut sind. Und, ähm, ja, das Buch, ist es auch für ein Buch von Stephen King basiert, dieser Film. Und das macht ja schon alleine schon eine Menge aus. Das, ähm, passt eigentlich alles so ganz gut zusammen. Und, ja, mehr weiß ich zu dem Film jetzt auch einfach nicht zu sagen. Außer, ähm, wenn ihr Bock auf Grusel habt mit einem Monster, dann schaut ihn euch auf jeden Fall mal an. Und wenn euch gefällt, was ich mache, dann drückt doch mal auf den Abo und den Like-Button. Und schaut auch mal unten in die Videobeschreibung. Da gibt es ein paar interessante Links, durch die ihr mich unterstützen könnt. Und wo, glaube ich, so ziemlich jeder etwas drin findet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.